Was wir gemeinsam sind, wir sind Leute, die die Zukunft wirklich im Blick haben. Wir sind Leute, die die ökologische Frage gemeinsam in den Mittelpunkt stellen. Da sehe ich ja auch keinen, der das anders sieht. Die ökologische Frage ist diejenige, von dem wir jedem sagen können, das macht kein anderer und das macht keine andere. Und es wird halt nicht immer mit uns in Verbindung gebracht. Und möglicherweise liegt es ja daran, dass alle denken, das haben wir schon. Das ist schon selbstverständlich. Wir tun so, als ob wir eine Energiewende hätten, nur weil wir das Wort sagen, wir haben sie aber nicht. Wenn wir die Chance haben zu regieren, dann wird es um eine andere Richtung der Politik geben, nämlich um eine ökologische und auch um eine humanere.